Auf geht's, 3, 2, 1, Ladies and Gentlemen! So, willkommen an Bord, die Herrschaften, die... Hallöchen, ihr Süß! Partypeople aus Köln und Umgebung, denn wir wünschen euch einen guten Flug. Zum ersten Mal sind wir auf diesem Festplatz der The Avenger Release Channel. Wir haben mal ein bisschen Spaß und wir gucken mal, was wir hier alles so drauf haben. Denn los geht's! Ich trau mich ja nichts zu sagen, aber ich hab heute auch meinen ersten Tachy. Ich weiß ja auch nicht, wie das funktioniert. Wir probieren einfach mal, was die... Das ist schon gar nicht so schlecht aus, denn wir haben es hell, denn da geht es mal richtig zur Sache, die ihr... Ach so, die... Das ist schon mal so, wie viel... Wissen Sie, was sich trifft? Man kriegt das Köln. Wir gucken mal, was wir alle uns geht. Wir wollen das noch nicht machen, Oben! Das ist überhaupt vollziehend. Das ist überhaupt vollziehend. Ja! Das ist richtig schön! Ihr verzieht immer das Gesicht! Das ist richtig schön! Das ist richtig schön! Das ist richtig schön! So stellen wir Köln mal auf den Kopf! Nee, alles klar! Hallo! Wie sieht's aus? Geht noch ein Röntchen? Ja! Alles klar! Ich kann nicht sehen, was wir heute machen, wir machen es trotzdem noch. Ja! Alles klar, noch geht's jetzt bitte! Zum Finale, Insel! Ja! Öff! Ja! Die Flügel ist in der Nähe von der Flügel. Guck mal, der junge Mann hängt auch wie ein Schlumpfwasser an der Kurve da. Nee, man hat Kim wieder gesagt, ne? Kim setzt sich aufrecht hin, gibt einen krummen Rücken. Aber nein! Du flitzt sich erstmal da in die Sitzstadion wieder an. So, wir haben sehr lange den Glückmester aussehen auf Ihrem Festplatz. Bitte schön aufgeben, dann dürfen Sie wieder auschecken. Sie wissen ja, die Bügel waren gar nicht verschlossen. Die können Sie einfach so nach oben drücken.